Und jetzt rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 20a und 20b, das ist die Beratung mehrer Vorlagen zur wirtschaftlichen Zukunft der Krankenhäuser. Zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD liegt hier ein Entschließungsantrag der Fraktion der FDP, der Fraktion Die Linke sowie der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vor. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Und jetzt eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Erich Erlsdorfer, CDU, CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute ein sehr wichtiges Gesetz, weil es um die Zukunft der Krankenhäuser in Deutschland geht. Ich habe in meiner letzten Rede zum Krankenhauszukunftsgesetz vieles über den Bereich der Digitalisierung gesagt. Ich habe auch Zuschriften bekommen und ich möchte hier nochmals klarstellen, dass alles, was wir hier an Investitionen machen, in Struktur machen, dass das wichtig ist. Dass aber alles hier nichtig wäre, wenn wir nicht auch in Menschen investieren, wenn wir in unser Personal investieren, durch Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung. Das ist zentral, weil wir motivierte Mitarbeiter brauchen und das macht dann auch die Qualität in einem Krankenhaus aus. Des Weiteren ist aber natürlich wichtig, dass die Grundlage auch ein politischer Wille ist, hier die Krankenhauslandschaft zu verändern und zu verbessern. Es wird in den nächsten Jahren notwendig sein, dass wir diesen Bereich der Krankenhäuser stetig und somit immer wieder verbessern, dass wir nicht stehen bleiben. Und es wird auch notwendig sein, dass wir unsere Krankenhäuser moderner ausrichten. Gute Qualität hat natürlich mit Personal zu tun, aber gute Qualität heißt auch, dass man sich unter den Abteilungen abstimmen kann, dass der niedergelassene Bereich natürlich für die Nachbehandlung und dass all diese Dinge miteinander verbunden sind. Und deshalb ist es wichtig und notwendig, dass wir in die Digitalisierung investieren. Und dieses Gesetz leistet dazu einen wesentlichen Beitrag. Es ist aber auch so, dass wir Dinge neu denken müssen. Es wird notwendig sein, dass wir uns nicht nur beschränken, hier die Krankenhäuser, was die äußere Hülle betrifft, was die einzelnen Fachabteilungen betrifft, zu verbessern, sondern ich glaube auch, dass wir diskutieren müssen, ob Häuser, die vielleicht auch defizitär sind, dass diese Häuser vielleicht auch einen inhaltlichen Umbau benötigen. Dass wir darüber diskutieren müssen, wie können wir Menschen vor Pflege auch bewahren. Und wir sind der Überzeugung, dass hier die Rehabilitation ein wesentliches Instrument ist. Aber viele der Menschen, die auf Reha kommen, sind vielleicht auch noch nicht rehafähig. Vielleicht brauchen wir hier auch mit den Krankenhäusern zusammen einen Zwischenschritt, wo wir nach Operationen, und wir wissen das ja, dass unsere Patientinnen und Patienten auch deutlich früher wie noch vor 20 Jahren entlassen werden, dass wir hier auch noch einen Zwischenschritt machen, dass wir sie rehafähig machen und dass wir dann durch die Rehabilitation eine passgenaue Leistung haben, wo wir dann Pflege verhindern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wir müssen auch, und das, glaube ich, ist wesentlich, wir müssen als politische Gemeinschaft auftreten, ob Bund, ob Länder, Bezirke und Kommunen. Es ist ein Gemeinschaftswerk, das wir hier heute angehen, weil es notwendig ist, dass wir uns nicht im Klein-Klein der Diskussionen und Zuständigkeiten befinden, sondern dass wir in der Krankenhausplanung miteinander Dinge entscheiden, aber diese Dinge dann auch so finanzieren und umsetzen. Worthülsen alleine bringen uns nicht weiter. Deshalb ist es auch keine Frage der Größe der Krankenhäuser, ob groß oder klein, sondern es geht um die Fähigkeit, gute medizinische Versorgung zu leisten. Und deshalb fordere ich auch die Länder auf, zu ihren Investitionen natürlich auch zu stehen, diese umzusetzen. Der Bund gibt hier ein Versprechen, dass wir das tun. Wir leisten unseren Beitrag dazu und heute mit diesem Gesetz einen weiteren Schritt in die richtige Richtung. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Rubis Lund, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, liebe Fernsehzuschauer! Unsere Verbesserungsvorschläge zum Krankenhauszukunftsgesetz fanden im Ausschuss leider keine Mehrheit. Obwohl wir schon seit Monaten dafür kämpfen, das seit 2005 bestehende Krankenhausabrechnungssystem zu reformieren oder abzuschaffen. Dieses sogenannte DRG-System funktioniert unabhängig von regionalen Anforderungen, Patientenliegezeiten und Behandlungsqualitäten. Einzig und alleine über eine Gruppierung von schwerer einer Krankheit und Prozeduren. Das System wurde damals schon mit viel Kritik eingeführt und hat einfach die Erwartungen nicht erfüllt. Im Gegenteil. So hat sich zum Beispiel die Gesamtzahl der Operationen verdrei- bis vierfacht. Die Versorgungsdichte der Krankenhäuser ist um 10 Prozent zurückgegangen, bei kommunalen Krankenhäusern gar um sage und schreibe 18 Prozent. Jetzt gerade aktuell in der Corona-Krise arbeiten die Krankenhäuser am personellen, logistischen und finanziellen Limit. Der Gewinnmaximierungsgedanke führte zum Personalabbau im Bereich der Pflegekräfte, zur Verkürzung der Liegedauer und einem Investitionsstau in Milliardenhöhe. Wir, die AfD-Fraktion, fordern die Abschaffung des DRG-Systems und die komplette Neustrukturierung der Krankenhauslandschaft mit einem effizienteren Abrechnungssystem. Die Lösung ist relativ einfach. Wir brauchen ein vorausgezahltes, regional orientiertes Pro-Kopf-Vergütungssystem, kurz gesagt ein PRP. Dieses neue PRP-System basiert auf einer Vergütungsform, bei der die ökonomische Hauptverantwortung und ein Teil der Versicherungsrisiken auf die Leistungserbringer übergehen. Damit wird der Anreiz, eine Gewinnoptimierung für überflüssige Mehrleistungen zu betreiben, uninteressant, auch für die Linke-Partei. Nur mit qualitäts- und praxisorientierten Behandlungen lassen sich neue Zuwächse erzielen. Gefördert werden dadurch Patientenfreundlichkeit und Zuwendung, Forschung und Innovation in Deutschland und, was in Anbetracht der aktuellen Corona-Krise äußerst wichtig erscheint, Flexibilität und schnelle Reaktion auf globale Krisen. Bereits 2017 hat unser Team und Professor Gerke gefordert, ein Abrechnungssystem zu etablieren, welches durch eine Regionalkomponente schnell an aktuelle Bedürfnisse angepasst werden kann, wie zum Beispiel bei Pandemien. Deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, eine entsprechende Gesetzesinitiative zu erarbeiten, die das DRG-System komplett ersetzt. Dazu fordern wir erstens die Einführung eines Systems mit einem vorausbezahlten Regionalbudget durch Pro-Kopf-Pauschalen, zweitens die Beachtung regionaler Gesundheitsdaten, drittens die tagesgenaue Anpassung der Regionalfaktoren bei globalen Gesundheitskrisen und schnelle Liquiditätstransfers, sowie, viertens, die Abschaffung des vollig unnützen bürokratischen Kodier- und Dokumentieraufwandes. Das, meine Damen und Herren, im Interesse unserer Patienten. Für zukünftige Krisen brauchen wir ein modernes und flexibleres Krankenhausabrechnungssystem mit schnellen regionalen Schalthebeln. Da wir eine mangelnde zukunftsorientierte und strategische Ausrichtung Ihres Gesetzesentwurfs vermissen, wird die AfD diesen auch ablehnen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Bobby Schlund war das für die AfD-Fraktion in der zweiten Beratung des Bundestages zum Krankenhaus-Zukunftsprogramm. Das soll ja in ein Gesetz münden nach dem Willen der Koalitionsfraktionen. Nächste Rednerin sehen wir schon im Bild, Sabine Dittmer, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verabschieden heute das Krankenhaus-Zukunftsgesetz und setzen damit das von der Koalition im Rahmen des Konjunkturpaketes beschlossene Zukunftsprogramm Krankenhäuser um. Insgesamt drei Milliarden Euro stellt der Bund für Investitionen in eine moderne digitale Krankenhausausstattung zur Verfügung. Damit fördern wir unter anderem notwendige und überfällige Investitionen in moderne Notfallstrukturen, Maßnahmen zur IT- und Cybersicherheit und besonders wichtig die regionale und sektorale Vernetzung. Das Investitionsprogramm für Krankenhäuser ist dringend erforderlich. Wir stärken damit unseren Krankenhaussektor und verbessern die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten. Ich sage aber auch in aller Deutlichkeit, dass das Zukunftsprogramm Krankenhaus die Länder nicht von ihren Pflichten entbindet, die Investitionskosten sicherzustellen und für eine bedarfsgerechte Krankenhausplanung zu sorgen. Sehr geehrte Damen und Herren, in unseren Krankenhäusern wird jetzt in dieser Pandemie Hervorragendes geleistet. Das darf aber nicht zulasten der Krankenhäuser gehen. Deshalb regeln wir in diesem Gesetz auch, dass coronabedingte Erlösrückgänge krankenhausindividuell ermittelt und ausgeglichen werden. Und wichtig ist es uns, dass wir die befristeten finanziellen Entlastungsunterstützungsleistungen im Bereich der Pflege verlängern. Hier möchte ich besonders die Familienpflegezeit oder auch das Pflegeunterstützungsgeld erwähnen, das Erwerbstätige in Anspruch nehmen können, um Pflege zu organisieren. Dieses haben wir nicht nur auf 20 Tage verlängert, sondern auch noch mal weiter flexibilisiert. Und auch den Leistungszeitraum des Kinderkrankengeldes haben wir zeitlich begrenzt auf 15 Tage bzw. auf 30 Tage für Alleinerziehende ausgedehnt. Denn es ist davon auszugehen, Kolleginnen und Kollegen, dass im Rahmen des Infektionsgeschehens die Betreuung von erkrankten Kindern häufig erforderlich ist. Und das alles schafft für die Betroffenen mehr Sicherheit und auch die notwendige Flexibilität und Unterstützung. Abschließend möchte ich hervorheben, dass wir die Vereinbarung der Deutschen Krankenhausgesellschaft mit den gesetzlichen Krankenversicherungen zur Zahlung einer Corona-Prämie in besonders belasteten Krankenhäusern auf eine gesetzliche Grundlage stellen. Und ich freue mich sehr, dass es uns im parlamentarischen Verfahren gelungen ist, den ursprünglich sehr restriktiven Empfängerkreis auszuweiten. Arbeit im Krankenhaus, Kolleginnen und Kollegen, ist und bleibt Teamarbeit. Und deshalb soll die Prämie nicht nur an Pflegekräfte gezahlt werden, sondern eben an alle Beschäftigten, die einer besonderen Belastung ausgesetzt waren, vom Reinigungsdienst bis zur Laborfachkraft. Den konkreten Empfängerkreis werden die Krankenhausträger und die Arbeitnehmervertretungen vor Ort entscheiden. Diese können das am besten beurteilen und bewerten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es war ein kurzes, es war ein intensives Gesetzgebungsverfahren. Und das Gesetz ist wichtig für die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten, wichtig für unsere Krankenhäuser. Deshalb bitte ich um eine breite Zustimmung. Sabine Dittmar-Weiders, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Und sie hat am Ende ihres auch nicht sehr langen Beitrags, Sie reden hier alle nähtlich viel länger als drei bis vier Minuten, auch nochmal die Situation, auch die finanzielle Situation der Pflegerinnen und Pfleger in Krankenhäusern betont, die man ja auch mittelfristig auf andere Beine stellen will. Aber im Moment ist zumindest die Gewerkschaftsvertretung der Pflegerinnen und Pfleger noch nicht recht einverstanden mit dem, was hier vom Bund auch beschlossen wird, weil knapp ein großes Viertel der Beschäftigten in den Genuss dieser Prämie möglicherweise kommt. Und viele andere dann eben nicht. Andrew Ullmann aus der FDP-Fraktion ist der Redner am Pult. Für die richtigen Querfinanzierung des Bundes stimmen wir ausnahmsweise zu. Aber sie darf nicht zur Regel werden. Es war und ist nämlich die Verantwortung der Länder, für die Investitionskosten ihrer Krankenhäuser aufzukommen. Diese Investitionen wurden jahrzehntelang versäumt. Das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, meine Damen und Herren, löst jedoch andere drängende Herausforderungen nicht. Die finanzielle Lage vieler Kliniken ist seit langem katastrophal. Der Bundesrechnungshof sieht es übrigens genauso. 40 Prozent der Krankenhäuser verzeichnen Verluste. Für ein Zehntel besteht erhöhte Insolvenzgefahr. Viele Kliniken verwenden Erlöse aus den Fallpauschalen der Krankenkassen, um notwendige Investitionen zu bezahlen. Übersetzt heißt das ganz einfach, das Geld wird von der Versorgung der Patientin abgezogen. So darf es nicht weitergehen. Wir brauchen nämlich ein leistungsfähiges, ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Krankenhaussystem. Wer die stationäre Versorgung zukunftsfit machen will, muss endlich politisch handeln. Wir brauchen nämlich einen ehrlichen Dialog. Eine kalte Strukturreform durch Insolvenzen zu fördern, ist unanständig. Wir müssen Qualität in die Häuser bringen. Zur medizinischen Versorgung gehört dann ein Mix aus spezialisierten Krankenhäusern und Häuser der Maximalversorgung. Gerade die Universitätskliniken müssen in dieser Diskussion eingebunden werden. Es geht nämlich nicht, dass Unikliniken zum Beispiel bei einem Krankenhausstrukturfonds herausgelassen werden. Denn die Universitätskliniken sind mit ihren forschenden Medizin unser Motor für eine moderne, innovative Krankenhauslandschaft in Deutschland. Gesundheit, meine Damen und Herren, ist ein Mannschaftssport. Das muss sich im politischen Handeln auch widerspiegeln. Jeder im Team muss seiner Verantwortung nachkommen. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und auch Apotheken haben bereits Verantwortung bewiesen und in die Digitalisierung investiert. Also muss man auch erwarten, dass die Länder auch in die Digitalisierung investieren. Deshalb ist es dringender denn je. Wir brauchen eine nachhaltige Finanzierungsreform und natürlich auch eine dringende qualitative Strukturreform der Krankenhäuser in unserem Land. Und hierzu sind alle Ebenen der Politik und Wissenschaft aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten. Gesundheit ist eine Mannschaftsleistung. Zeigen wir Verantwortung, sonst lassen wir die Patientinnen und Patienten und die auch im Krankenhaus Tätigen auf Jahre hinaus hängen. Stimmen Sie unserem Entschließungsantrag zu, packen wir es an. Dankeschön. Andrew Ullmann für die FDP-Fraktion, die diesen Gesetzentwurf ausnahmsweise mal mitträgt, wie er selbst gesagt hat. Harald Weinberg ist der nächste Redner. Er kommt aus der Linksfraktion und ist Sprecher für Krankenhauspolitik und Gesundheitsförderung. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Der Name dieses Gesetzes, das Krankenhauszukunftsgesetz, ist ein Etikettenschwindel. Sie halten unumwunden am System der Fallpauschalen und damit am wirtschaftlichen Wettbewerb fest. Dieser Wettbewerb gefährdet die Existenz vieler Krankenhäuser, vor allem von öffentlichen und freigemeinnützigen. Deren Systemrelevanz ist zwar in der Corona-Pandemie landauf, landab gepriesen worden. Ihre Zukunft wird mit diesem Gesetz aber nicht gesichert. Auch die Bundesärztekammer hat in ihrer Stellungnahme zu Recht angemerkt, dass das eigentliche Zukunftsprogramm für Krankenhäuser nach wie vor aussteht. Als Kriterien dafür nennt die Ärztekammer, ich zitiere, eine umfassende und bedarfsgerechte Reform der Finanzierung der stationären Versorgung, eine zukunftsorientierte Betriebsmittel- und Investitionsfinanzierung der Kliniken unter Berücksichtigung der Vorhaltekosten sowie eine aktive Krankenhausplanung. Wenn wir die Stellungnahmen der anderen Verbände zur Anhörung ansehen, dann steht die Ärztekammer mit dieser Kritik bei Weitem nicht alleine. Das ist eine Kritik, die wir bereits seit Jahren vortragen. Beim Krankenhausgipfel der Deutschen Krankenhausgesellschaft haben Sie, Herr Minister, vorgestern eine bemerkenswerte Pirouette gedreht. Sie haben erklärt, dass Sie sich auf eine stärkere Selbstkostenfinanzierung einlassen würden, wenn es denn eine sinnvolle Bedarfsplanung gäbe. Das sind neue Töne, die wir natürlich erst einmal begrüßen. Gleichzeitig haben Sie aber gesagt, dass eine grundsätzliche Reform der Krankenhausfinanzierung zu komplex sei, um sie in dieser Wahlperiode noch in Angriff zu nehmen. Aber genau das wäre das eigentliche Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Und das wäre bitter nötig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, manche Regelungen des jetzt vorliegenden Gesetzes sind aus unserer Sicht trotzdem Schritte in die richtige Richtung. Die konkrete Umsetzung ist aber leider an vielen Stellen vergiftet. Dafür will ich mal zwei Beispiele machen. Erstens, dass die Krankenhäuser Geld aus dem Zukunftsfonds erhalten können und die Bundesländer zu 30 Prozent beteiligt werden sollen, ist gut. Dass stattdessen Krankenhausträger den Eigenanteil übernehmen können, benachteiligt finanziell angeschlagene Krankenhäuser in strukturschwachen Regionen. Für die Länder wird es dadurch attraktiv wieder, sich rauszuhalten, sodass vor allen Dingen private, profitorientierte Krankenhausträger Zugriff auf Bundesmittel bekommen. Das finden wir völlig falsch. Wir begrüßen selbstverständlich die Corona-Bonuszahlungen für Beschäftigte in den Krankenhäusern. Aber die Kriterien dafür, welche Beschäftigten in den Genuss einer solchen Zahlung kommen können, sind viel zu eng gefasst. Inakzeptabel ist aus unserer Sicht auch, dass Sie für die genaue Auswahl der Beschäftigten die Interessensvertretungen in den Krankenhäusern in Haftung nehmen wollen. Dies kann Belegschaften spalten und den Interessensvertretungen enorme Konflikte bescheren. Es wirkt so, als wäre genau das Ihre Absicht. Im Übrigen fehlt eine vergleichbare Investitionsregelung zur Digitalisierung für die Altenpflege. Dabei ist die Investitionsförderung da noch geringer durch die Bundesländer. Und es wird Hochzeit, dass da was geschieht, weil sich da die Investitionsfragen immer durchschlagen auf die Eigenanteile. Deswegen haben wir hierzu einen Entschließungsantrag eingebracht, dem Sie nachher zustimmen müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, insgesamt bringt der Gesetzentwurf also zwar Verbesserungen für die Situation der Kliniken und das Personal, daher können wir nicht ablehnen. Es gibt in der Ausgestaltung und in der Höhe der Maßnahmen aber auch so viel Kritik, dass der Gesetzentwurf nicht zustimmungsfähig ist von unserer Fraktion. Deshalb werden wir uns enthalten. Vielen Dank. Harald Weinberg für die Linksfraktion hat die Enthaltung seiner Fraktion bei diesem Gesetzentwurf erläutert. Auch die Linksfraktion hat hier einen Entschließungsantrag vorgelegt. Kommen wir nachher vielleicht noch mal in Kürze drauf. Und auf dem Weg ans Pult ist Maria Kleinschmeink, Bündnis 90, die Grünen, Sprecherin für Gesundheitspolitik. Liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, warum enthalten wir Grünen uns bei diesem Gesetz, wo ja immerhin 4,3 Milliarden für die Krankenhäuser in Deutschland bereitgestellt werden sollen? Das ist in der Tat erst mal eine Frage und wir enthalten uns hier auch. Und wir enthalten uns deshalb, weil diese Investition nicht eingepasst ist in einen vernünftigen Rahmen, wo dann auch sichergestellt ist, dass dieses Geld tatsächlich dazu führt, dass die Krankenhäuser in Deutschland den Digitalisierungsschub erhalten, den sie dringend brauchen. Und wir enthalten uns, weil dieses Konzept nicht verbunden ist, damit die dringend notwendigen wirklichen Reformen im Krankenhausbereich auch anzugehen. Und es ist ja nun wirklich selten, dass ein Bundesrechnungshof schon bevor ein Gesetz überhaupt verabschiedet ist, die wesentlichen Kritikpunkte und Beanstandungen schon schriftlich niedergelegt hat. Und ihnen ins Zeugnis geschrieben hat, dass diese Reform wieder, genauso wie beim Krankenhausstrukturfonds, scheitern wird, weil sie die notwendigen grundlegenden Strukturreformen nicht in Anliegen hat. Und das, meine Damen und Herren, können wir uns nicht erlauben. Wir brauchen dringend eine Absicherung der Versorgungsstrukturen überall im Land, im ländlichen Raum, in strukturschwachen Gebieten, genauso wie eine vernünftige Struktur in den Ballungszentren. Wir brauchen dringend das Schließen der wirklich großen Investitionslücke, die es gibt. Und wir brauchen ein Entgeltsystem, was sicherstellt, dass wir Versorgung absichern, gute Versorgung absichern, Fehlanreize für die Produktion von zusätzlichen Behandlungsfällen, die nicht notwendig sind, abbauen und gleichzeitig sicherstellen, dass überall dort, wo ein Krankenhaus zugelassen ist, das bedarfsnotwendig ist, diese Arbeit auch wirklich gut und qualitativ gut patientenorientiert ausführen kann. Und diese Reformen, die stehen aus. Sie haben angekündigt beim Krankenhausgipfel, dass die in dieser Wahlperiode auch nicht kommen werden. Das ist im Übrigen die Wahlperiode, wo wir überhaupt noch Geld zu verteilen haben, wenn wir die Eckdaten der Krankenhausfinanzierung auf der einen Seite und der GKV-Finanzierung auf der anderen Seite sehen. Also wird jetzt der Spielraum vertan, den wir dringend ergreifen müssten, um diese notwendigen Reformen anzudrücken. Aber auch bei der Digitalisierung kommen wir so, wie Sie es jetzt angelegt haben, nicht weiter. Die Sachverständigen haben es Ihnen deutlich gesagt, es fehlt der Orientierungsrahmen, wofür soll eigentlich investiert werden, welcher Digitalisierungsgrad soll erreicht werden, in welchen Stufen. Das alles ist nicht wirklich nachhaltbar. Und das wird dazu führen, dass wir am Ende einen Flickenteppich haben, wo wir immer noch nicht sagen können, dass jedes Krankenhaus in Deutschland wirklich die digitale Anbindung hat, die notwendig ist. Und das versäumen Sie mit diesem Gesetz. Maria Kleinschmeink mit ihrer Kritik an dem Gesetzentwurf der Koalitionsfraktion und dazu jetzt direkt der zuständige Minister Jens Spahn. Jetzt hat das Wort der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sechs von sieben Covid-19-Patienten in Deutschland werden im ambulanten Bereich behandelt. Die niedergelassenen Ärzte in Deutschland sind der erste wichtige Schutzfall in dieser Pandemie. Und die schweren und schwersten Verläufe, dort wo es um Intensivmedizin geht, werden in den Krankenhäusern behandelt und gleichzeitig in einer Struktur, die 365 Tage, 24 Stunden am Tag das Rückgrat der medizinischen Versorgung bildet. Und dazu möchte ich gerne drei Anmerkungen mit Blick auf das Gesetz machen. Zum Ersten, wir investieren drei Milliarden Euro des Bundes. Das ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass der Bund aus Haushaltsmitteln in Krankenhäuser investiert, da eigentlich die Länder, es ist schon angesprochen worden, zuständig sind. Und mit der Länderkofinanzierung kommen wir auf über vier Milliarden Euro Investitionen. Schwerpunkt für dieses Programm, vor allem in die digitale Infrastruktur, in die Vernetzung. Und alles zusammen, Herr Weinberg, Frau Klein-Schmeink, wird das die größte Summe sein, die jemals in Krankenhäuser investiert wurde. 2021 wird so viel in Krankenhäuser in Deutschland investiert wie nie zuvor. Und Sie müssen schon erklären, warum Sie da nicht zustimmen. So viele Investitionen wie noch nie zuvor. Und Sie können nicht zustimmen. Zweitens, Digitalisierung. Wir erleben, dass es gerade bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen darauf ankommt, nicht nur abstrakt darüber zu reden, sondern es vor allem konkret erlebbar zu machen. Erlebbar zu machen in der Versorgung durch bessere Information, durch schnellere Kommunikation, auch zwischen Ärzten, zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten, Apothekerinnen und Apothekern und vielen anderen dem Gesundheitswesen vernetzt zusammenarbeiten. Wir spüren übrigens auch, dass es um IT-Sicherheit geht. Wir haben gerade die Meldung von der Uniklinik in Düsseldorf, wo es wieder einen Hackerangriff gegeben hat. Und ja, Investitionen in IT-Sicherheit sind nicht immer gleich sexy, weil man nicht gleich was zeigen kann, was irgendwie vielleicht in der Versorgung gut ausschaut. Aber Investitionen in IT-Sicherheit sind notwendig, weil Gesundheitsdaten sind die sensibelsten Daten, die es gibt. Und deswegen ist es richtig, dass wir sagen, mindestens 15 Prozent der Investitionen müssen in die IT- und Cybersicherheit in den Krankenhäusern gehen. Und heute wird, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bundesrat wahrscheinlich dem Patientendatenschutzgesetz zustimmen. Das heißt, heute ist wirklich ein starker Tag für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Mit den Investitionen hier in die Krankenhäuser und gleichzeitig dem Patientendatenschutzgesetz machen wir möglich, dass am 01.01.2021 die elektronische Patientenakte kommt. Und seit 15 Jahren steht sie im Gesetz. Seit 15 Jahren hatten alle irgendwie das Gefühl, das wird der Berliner Flughafen des deutschen Gesundheitswesens. Und jetzt geht es endlich am 01.01.2021 los. Wir reden nicht nur über Digitalisierung, wir setzen sie auch um im Sinne der Patientinnen und Patienten. Und das Dritte, das ist schon angesprochen worden, das beste Gesundheitswesen, das klingt immer so neutral, braucht auf jeden Fall die leidenschaftlich arbeitenden und gut ausgebildeten Beschäftigten, die vielen Hunderttausenden, die jeden Tag in den Krankenhäusern und in allen anderen Bereichen für unsere Gesundheit und unsere Pflege arbeiten. Und deswegen geht es natürlich grundsätzlich um gute, um bessere Arbeitsbedingungen. Das ist genau das, was diese Koalition seit über zwei Jahren intensiv treibt. Und auch dort, nicht nur in Wort, sondern auch in Tat. Seit dem 01.01.2021 mit dem Pflegebudget ist es nicht mehr möglich in deutschen Krankenhäusern, dass zu Lasten der Pflege gespart wird. Die Kosten für die Pflege in den Krankenhäusern wird eins zu eins von den Krankenkassen refinanziert, egal wie viel zusätzliches Personal eingestellt wird. Das ist ein starkes Signal an die Pflege, dass eben Verlässlichkeit besteht in der Politik, wenn jetzt Personal aufgebaut wird. Und dazu kommen die Arbeitsbedingungen von der Digitalisierung über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und viele andere Fragen. Und dabei ist ja, diese Prämie, die es jetzt geben wird, für die besonders in dieser Krise auch belasteten Beschäftigten im Frühjahr dieses Jahres, zur Hochzeit der Krise, auch in den Intensivstationen, ist ein Baustein. Es ist nicht abschließend, es gehört insgesamt in das Konzept der Verbesserung in der Pflege. Aber eins, Herr Weinberg, wundert mich jetzt schon. Dass die Linke ist kritisiert, dass wir Arbeitnehmervertreter mitentscheiden lassen, wäre die Prämie. Also wir trauen Arbeitnehmervertretern was zu. Wir glauben auch, dass Sie die Richtigen sind, das mitzuentscheiden. Wenn Sie das nicht tun, bestärkt uns er darin, es genauso Hand zu Hand zu haben, dass wir die Arbeitnehmervertreter einbinden bei dieser Entscheidung, weil wir einfach daran glauben, dass Arbeitnehmer sich gut selbst organisieren können an dieser Stelle mit den Arbeitgebern. Zusammen. Und wenn die Linke das nicht tut, ist das noch ein guter Grund, diesem Gesetz zuzustimmen. Herr Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, und er war der drittletzte Redner in der Aussprache. Nachher wird es eine ganze Reihe von Abstimmungen geben. Zweite, dritte Beratung natürlich sowieso. Anträge aus der AfD-Fraktion, Entschließungsanträge von den anderen Oppositionsfraktionen. Zunächst aber noch Edgar Franke aus der SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Krankenhaus-Zukunftsgesetz ist ein gutes Gesetz. Ein gutes Gesetz für moderne Kliniken, für moderne digitale Infrastruktur und für eine moderne Notfallversorgung. Und der Bund hat bei diesem Gesetz zwei Motive im Vordergrund. Erstens, wir wollen unsere Krankenhäuser fit machen für die Zukunft. Und das, das wurde schon oftmals gesagt, obwohl wir eigentlich nicht zuständig sind, sondern die Länder. Trotzdem nehmen wir als Bund drei Milliarden Euro in die Hand. Und das sollten wir in diesem Haus alle begrüßen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir legen in nicht einfachen Zeiten aber zweitens auch ein Konjunkturprogramm auf. Das darf man auch nicht vergessen. Gemeinsam mit den Ländern und Krankenhausträgern können das bis zu 4,3 Milliarden Euro betragen. Das ist ein politischer Erfolg. Warum? Weil wir die Wirtschaft stärken und Arbeit schaffen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pandemie hat gezeigt, unser Krankenhaussystem ist wesentlich besser als sein Ruf. Aber wir müssen noch einige Hausaufgaben machen. Allerdings, das sage ich auch, Regionalbudgets, also regionale Pauschalen, wie es die AfD vorschlägt, sind nicht die Lösung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielmehr müssen wir die Länder motivieren, endlich ihre Krankenhauslandschaft patientenorientierter auszurichten. Und Herr Ullmann hat ja gesagt, wir haben zu wenig Investitionen. Aber es gibt ja auch einen FDP-Gesundheitsminister. Dem muss man es halt auch sagen, dass die Länder mehr machen müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gerade aber die Mittel des Struktur- und Zukunftsfonds sind dafür gedacht, in die Zukunft zu investieren. Und zur Wahrheit gehört aber auch, für eine leistungsstarkes Krankenhauslandschaft müssen wir die Fallpauschalen weiterentwickeln. Deshalb haben wir ja in der Pflege die Pflege bereits aus den Fallpauschalen herausgenommen. Der Minister hat es gesagt, es lohnt sich jetzt nicht mehr, auf den Brücken der Pflegekräfte zu sparen. Und das war ein großer politischer Erfolg, meine sehr verehrten Damen und Herren, die die Koalition erzielt hat bei ihren jetzigen, bei den vergangenen Gesetzen. In Zukunft müssen wir aber außerdem endlich die notwendigen Vorhaltekosten, das sage ich ausdrücklich, in den Kliniken finanzieren. Und zwar unabhängig von deren tatsächlichen Auslastung und unabhängig von den Erlösen. Beispielsweise auch in der stationären Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Denn nur so können wir überall bestmögliche Versorgung gewährleisten. Und das müssen wir nachsteuern. Hier müssen wir die Fallpauschalen weiterentwickeln, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb begrüße ich auch sehr, Herr Minister, dass Sie unsere Anregungen für die Weiterentwicklung der Freipauschalen aufgreifen wollen. Entschuldigung, gestatten Sie eine Zwischenfreitag? Ja, gerne. Herr Dr. Franke, Sie verweisen ja darauf, dass es dringenden Bedarf gibt, das Entgeltsystem weiterzuentwickeln, Vorhaltekosten vorzusehen, damit wir eine gute Versorgung unabhängig von Fallzahlen auch hinbekommen können. Jetzt hat ja der Herr Minister gesagt, dass es keine weiteren Reformen im Krankenhausbereich in dieser Wahlperiode geben wird. Wie stehen Sie dazu vonseiten der SPD und was tun Sie, damit das doch erreicht werden kann? Wir wissen ja alle, dass wir uns gar nicht leisten können, noch länger diese grundlegenden Probleme auszusitzen. Zunächst muss ich sagen, dass die Fallpauschalen nicht das Problem der Krankenhausfinanzierung in erster Linie sind. Das Problem ist, dass die Länder in ihrer Finanzierungsverpflichtung nicht Genüge tun und wir 3 Milliarden deshalb fehlen bei der Investition der Krankenhäuser. Das ist das eigentliche Problem. Die DRGs weiterzuentwickeln, die DRGs zielgenauer zu machen, dem INEC Vorgaben zu machen, Ich glaube, das ist ein politisches Ziel, das wir auch in dieser Legislaturperiode noch anpeilen können. Das geht, glaube ich, auch in dieser Koalition noch, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße, dass der Herr Minister unsere Anregungen aufnehmen wird zur Weiterentwicklung der Fallpauschalen. Da bin ich sehr sicher, dass er das auch machen wird. Aber nicht nur das, Herr Minister, dass Sie die Bundesförderung für ländliche Krankenhäuser flexibilisieren wollen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der mir als ländlicher Abgeordneter auch sehr persönlich am Herzen liegt. Außerdem, meine sehr verehrten Damen und Herren, freut es mich natürlich auch im Namen der SPD, dass jetzt Beschäftigte von besonders Corona-belasteten Krankenhäusern eine steuerfreie Sonderzulage bis zu 1.500 Euro erhalten können. Und, Herr Weinberg, ich habe mich eben auch gewundert, unabhängig davon, dass das Minister da auch angesprochen hat, dass Sie als Linke der Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmern nicht zutrauen, darüber zu entscheiden, wer in den Genuss dieser Sonderzahlung bekommt. Und ich denke, das ist gerade Aufgabe von Arbeitnehmervertretern, da für ihre Mitarbeiter zu sorgen. Und da haben Sie Entscheidungsspielraum, was ich den Mitarbeitervertretern gebe. Und das ist, glaube ich, eine wichtige und gute Entscheidung dieser Koalition. Ich glaube, die Sonderzahlung ist auch ein Zeichen der Solidarität gegenüber denjenigen, die in der Pandemie schwerkragenden Menschen helfen. Auch die Tatsache, das möchte ich noch abschließend sagen, dass die Menschen, die coronabedingt mehr Pflegetage brauchen, die sie jetzt auch zusätzlich bezahlt bekommen, ist ein deutliches politisches Zeichen. Denn gerade in der Corona-Pandemie, meine sehr verehrten Damen und Herren, brauchen wir Solidarität, brauchen wir sozialen Zusammenhalt. Ich komme zum Schluss. Aber vor allem mit diesem Gesetz schaffen wir moderne digitale Kliniken für die Menschen in unserem Land. Und das ist der rote Faden sozialdemokratischer Gesundheitspolitik. Ich danke Ihnen. Voraussichtlich letzte Rednerin in dieser Debatte ist die Kollegin Dr. Claudia Schmidke, CDU-CSU. Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Zukunft unserer Krankenhäuser wird meines Erachtens von sechs Herausforderungen bestimmt. Da ist erstens die Herausforderung der Behandlungsqualität in Zeiten personalisierter Medizin und rasanter Technologiesprünge, die auch die Sicherheit der Patientinnen und Patienten besonders berührt. Da ist zweitens eine damit verbundene Herausforderung der Transparenz in Zeiten immer aufgeklärterer Patientinnen und Patienten mit berechtigten Erwartungen an Information und Aufklärung. Und da ist drittens die Herausforderung der Fürsorge für das medizinische Personal in Zeiten, in denen wir immer weniger mit ausreichendem Nachwuchs rechnen können, weil auf der einen Seite die Erwartungen an eine Work-Life-Balance im ähnlichen Maß wachsen, wie auf der anderen Seite die Belastungen, die sich aus der Personalknappheit ohnehin schon ergeben, eine Spirale, aus der wir dringend aussteigen müssen. Da ist viertens die Herausforderung der Flexibilität der Strukturen, die wir insbesondere in der Krisenzeit des Jahres 2020 in besonderem Maße erfahren haben. Wir haben gesehen, welche Anforderungen diese ganz besondere Pandemie an unser Gesundheitswesen gestellt hat. Doch wird eine andere Pandemie mit anderen Ansteckungswegen, Mortalitätsraten oder betroffenen Organen möglicherweise mit ganz anderen Anforderungen einhergehen. Da ist fünftens die Herausforderung des demografischen Wandels, die Menschen glücklicherweise immer älter werden lässt. Naturgemäß häufen sich damit Behandlungs- und Pflegebedürftigkeit. Und da ist sechstens die Herausforderung, die als Meta-Ebene einen wichtigen, nicht den einzigen Beitrag dazu leisten kann, um den genannten fünf Punkten proaktiv zu begegnen, ihnen ihren Schrecken zu nehmen, sie zum Vorteil sowohl des medizinischen Personals als auch der Patienten zu lösen. Die Herausforderung der Digitalisierung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Digitalisierung unserer Krankenhäuser ist deshalb nicht Kür, sie ist Pflicht, weil es uns besonders ärgert, dass wir immer noch eine Diskrepanz spüren zwischen unseren eigenen Erwartungen an eine moderne Gesundheitsversorgung des 21. Jahrhunderts und den infrastrukturellen Realitäten in unseren Kliniken. Der Bund leistet nun einen Beitrag, der als erhebliche Starthilfe zu verstehen ist. Die Länder müssen den Weg entschlossen weitergehen. Hierzu enthält der Krankenhauszukunftsfonds auch ein Detail, für das ich mich gern eingesetzt habe und mich als Gesundheitsforschungspolitikerin besonders erfreut. Dass im Gegensatz zum Strukturfonds auch die Universitätskliniken Berücksichtigung gefunden haben. Sie sind die Leuchttürme der Innovation in unserem Land. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Modernisierung unserer Krankenhäuser bedeutet mehr, mehr als die Verkabelung von Stationen, mehr als das Einscannen von Krankenakten. Für uns steckt darin eine bessere und sicherere Versorgung unserer Patientinnen und Patienten. Ich danke Ihnen für die Zustimmung zum Krankenhauszukunftsgesetz. Damit schließe ich die Aussprache.